Na, keinen Bock auf Sonntagscafé bei Tante Hilde? Die Ballettaufführung der Tochter? Den Spieleabend mit dem netten Paar, das ihr im Urlaub kennengelernt habt? Dann rufen Sie jetzt an bei Rent a Klimakleber. Unsere Aktivisten verschaffen Ihnen die beste Ausrede aller Zeiten. Oh nein, jetzt kommen wir noch nicht mehr zum Geburtstag von deiner Mutter. Blöder Klimaaktivist. Wir kleben uns für Sie überall fest. Beim Zahnarzt vor der Wurzelbehandlung, samstags am Rasenmäher. Wir blockieren sogar Ihre Kinosessel, damit Sie den neuen Til-Schweiger-Film nicht sehen müssen. Und jetzt neu? Wenn Sie genervt sind von den beschissen gemalten Bildern Ihrer Kinder, mieten Sie doch einen unserer Tomatensuppenschmeißer. Problem gelöst. Rent a Klimakleber.